Egal welche Schuhe, egal welches Fitnessarmband, egal welche Playlist, wir laufen. Wir rennen, wir joggen, wir geben Gas. Egal wie weit, egal wie schnell, wir setzen einen Fuß vor den anderen. Wir sprinten, wir rasen, wir fetzen, wir stürmen. Bis zum Ziel. Und immer weiter. Ich glaube, vor 23 Jahren hätten wir uns nicht gedacht, dass es das größte Lauf-Event hier im Hohelogen wird. Der Start war richtig gut und auch hier vorne die ganzen Leute, die halt angefeuert haben. Die Stimmung ist super. Schöne, tolle Kapelle. Die Strecke ist wie immer richtig geil zu laufen. Es ist landschaftlich total schön zum Laufen. Das zeigt auch, dass ein großes Unternehmen wie EBM Pubs, der heute ist, trotzdem noch so einen familiären Charakter hat. Und dass sich Leute kennen und sich freuen, sich hier wiederzusehen. Und ich glaube, der eine oder andere ist überrascht, wie fit der Kollege das ist. Das Rahmenprogramm ist immer sehr gut. Die komplette Familie kommt hier her, nicht nur die Sportler. Es ist ein Familientag, den man hier verbringen kann. Ich glaube, es wirkt sich irgendwie schon sehr positiv auf die Region aus. Es ist wunderschön hier. Es ist ein tolles Publikum. Durch Unternehmer wie EBM zum Beispiel, die schaffen es eben, gewisse Attraktivitäten der Region zu schaffen. Schön, die ersten 16 Kilometer hatte ich ja mit Läufer, 18 Kilometer, wo man mal zusammen in die Strecke genossen hat. War schön. Ja, da kämpft man gegen sich selber so ein bisschen. Man weiss nie, wie weit ist der Abstand nach hinten. Also war schon hart. Das war super. Hat Spaß gemacht. Erster Platz. Perfekt. Integrativ sehr wichtig. Das ist ein Sport, was eigentlich auch Paralympisch ist und das wollen wir auch zeigen. Egal welche Zeit. Wir gewinnen. Wir lachen. Wir feiern. Wir liegen uns in den Armen. Wir laufen. 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 Wir laufen.